Hey Leute und herzlich Willkommen zu Fabis Frohe Vorwand 2014 Folge 2. Heute mit recht herzlicher Unterstützung von meinem neuen Sponsor. Stellvertretend heute hier mit dabei, auch als Stimme, Basti. Und bitteschön. Es ist ein Briefkasten und anscheinend auch ein Frosch. Perfekt! Ein Briefkasten! Moment! Bevor du einen Brief verschicken darfst, musst du zunächst drei unlösbare Aufgaben bewältigen. Aber wenn die Aufgabe unlös... Erstens. Klettere auf den höchsten Baum. Gut. Zweitens. Lauf über den See, wie Jesus es einst tat. Okay... Und nun... Verschicke... den Brief! Okay. Baaah! Und die heutige Folge wurde euch präsentiert von... Mh... Das schmeckt aber schön... Schaumkeks. Mh... Und wenn ihr jetzt so richtig Lust auf einen Schaumkeks bekommen habt, geht einfach zu Basti. Der verteilt die jetzt kostenlos auf Lebenszeit. Also macht's gut, holt euch einen Keks und bis morgen. Euer Fabi von Legostein13. Los! Mh... Das schmeckt gut. Mmh... Hahaha Ab, Urs. B... Ein Federation. Unserесors